Was? Der Laser? Hier? Och Mann, die Ult war gut. Ja! Ich glaube, ich bin tot. Sorry, da konnte ich nichts machen. Ja, ich bin tot, Leute. Ich kann gar nichts machen. Ich bin einfach gebeidet auf Doom. Mal, ich einmal kurz weggekommen, dann geht hier die komplette Party-Escalation, Leute. Man sieht das ja so, paar Buffs nötig. Ja, der, das stimmt auch. Also, jetzt war es halt wirklich Buffs nötig. Ah, was? Willst du mich verarschen? Baron hat mich hochgenockt und deswegen konnte ich keinen Knock-Up landen, Leute. Lassen wir schon wieder los. Warum gehen alle auf mich? Geht auf Sugar! Stopp! Stopp! Oh, hier ist ein Turm. Ha! Der war ein bisschen dieb, muss man sagen. Insgesamt von allen, von mir, von allen, von mir, von allen. Das ist das Problem, Leute. Und jetzt bin ich tot, Alter. Und, äh, wirklich jetzt? Er blockt mein Q? Er ist halt ein Hard Counter für mich, hätte ich gesagt. Schweit er da! Ich habe ihn aber ignited, wof Ha, outplayed, bitch Na, scheiße, okay, das habe ich misplayed Jetzt ist mein, mein time, Leute My time, always for you Hä, ich habe noch nicht gespielt, Gott, nobody knows, er muss jetzt viel gehen Wenn er jetzt überlebt, dann haste ich ihn komplett Stimmt Komm drauf, komm drauf Nee, 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 nee Komm drauf Komm drauf Da ist er Ah, ist runtergesprungen Der ist wahrscheinlich tot, leider Leute, ich möchte, dass wir gemeinsam gedenken Wenn Ari noch ein bisschen Tobi hat gesagt, man macht kein Damage Noch ein bisschen überleben Oh, da, 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 da Jetzt outplayed Nein, 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 nein Oh, jetzt, oh mein Gott, munter, okay Warum ist dieser Yasu so gut, oder? Ja, ich, ne? Aber, ey, ganz ehrlich, die spielen immer nur zu zweit gegen mich Was sind das denn für Lappen? Das sind richtig ehrenlosen, ne? Richtige Lappen, Alter, ey Keine Männer Keine Männer No Man's No Man's No Man's Man's Not Man's Man's Man's, Alter Hast du mein Outplay gesehen? War auch kein Star Ach soo Können wir noch was machen? Ich hab nur noch UL Ähm, geht schon los Sick No, Staffel, meine Montage Oh ja, da seh ich mich Allerdings wäre geil, wenn noch ein paar mehr Minions kommen würden Hat der, der ist 4-3, der ist fett, Leute Also wenn ich den besiege nicht, riecht ich so einen Haufen Hunde verbiegen AHHHHH Den töte ich trotzdem, den muss ich töten Das ist ja ne neue Mechanik, das ist ja überkrass Das ist ja, das ist ja komplett GG Krasser Spieler, Alter Habt ihr diesen Speer gesehen? Der hat noch getrunken, bevor der Block überhaupt irgendwas gemacht hat Oh mein Gott So eine Maschine, Mann Nimm mich Aber ist sowas von eine Maschine Ich hab's doch nicht Ja, welcome Herr, stop, welcome eh Kann wir hier noch was machen? Also, weiß ich nicht Vielleicht ein bisschen Also, ne, 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 ne Lauf, Wally Sehr schön 2-0 Oh, ich lebe Oh mein Gott Tut mir leid Mittagspause Oh mein Gott Ah Oh, Scheiße, was ist denn hier los? Sag mal Ich bin ein Gott Die Frage ist nur, ob die jetzt hier lang kommen Das kann nämlich sein Immerhin bin ich nicht der, der intet Immerhin intet ich nicht Ich könnte was mit Ult machen, aber Komm eh nicht ran, oder? Ein Auto-Attacker BAM! Outplayed! Ich bin ja immerhin intet ich nicht Dein Stab ist jetzt halt bei 196 Das ist noch nicht so viel Ich glaube, ich bin tot Ich bin tot Warum? Weil es Lastpots OP sind Und zwar meine Hose jetzt drungen So Ja, die Hose ist weg Damit ist der erste Der Ramontic Gesetzt Jetzt seid ihr dran Haben wir noch Basson? Sehr gut Aha Oh mein Gott, Alter Ah, was ist das denn? Ah, Gott Aber ich, also das hätte ich Ich hätte ihn nicht killen können, glaube ich Aber ich hätte es überleben Ich hätte ihn nicht tun können, glaube ich Ich hätte ihn nicht tun können, glaube ich ARD Text im Auftrag von Funk